Die Leute können nicht nur, die sollen sogar alle zu mir kommen, weil ich der direkte Ansprechpartner bin. Ich bin der Raphael, ich bin 37 und ich bin Gruppenleiter hier im Zentrallager Grevenbruch. Das mittlerweile seit 2007. Der Job ist ganz klar vergleichbar mit einer Fußballmannschaft. Du bist da irgendwo der Cheftrainer. Bei der Begrüßung kriegt jeder seine Aufgaben nochmal, gibt es Sonderaufgaben, da spricht man alles zusammen ab und dann geht es los. Und dann bist du als Käpt'n ständig für deine Mitarbeiter da. Als Kind fand ich LKWs schon ganz stark. Alleine die Größe, man war ja so ein kleiner Knirps und wenn man mit seinen Eltern unterwegs war im Auto, man hat die großen, 16 Meter lang LKWs gesehen, das war immer sehr faszinierend. Alleine wie viele Paletten man hier jeden Tag bewegt, das ist das Spannende. Unser Team ist geil, weil wir sehr eng zusammenarbeiten können, auch mit unseren Vorgesetzten, also mit meinem Planungsleiter. Man hat wöchentlich ein Entwicklungsgespräch, Feedback, also da ist definitiv Support da. Wenn wir unsere Leistung geschafft haben, wenn wir alles das geschafft haben, was wir machen wollten, ich mit einem Lächeln nach Hause gehe und die Leute auch mit einem Lächeln nach Hause schicken. Darauf bin ich stolz, jeden Tag.